Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Drogerie-Update, denn es gibt ein... Ja, ich fahre gleich mit der Tür ins Haus. Ein bisschen enttäuschendes Trended Dub Sortiments-Update. Ich habe, ich glaube, alle Produkte gekauft, die es als neu deklariert gab und wir werden schauen. Vielleicht ist da eher doch das ein oder andere Top-Produkt dabei. Ich bin super gespannt. Vielleicht habt ihr die Produkte ja schon entdeckt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich würde mich da riesig drüber freuen und ich würde vorschlagen, wir verlinken gar keine Zeit und hüpfen direkt ins Video. Ich war gerade bei DM und habe geschaut, was es so Neues gibt. Ich habe ein bisschen Content für Instagram gedreht und so und habe gesehen, ja, also da ist ein Trended Dub Update jetzt gekommen. Ich bin ehrlich, irgendjemand hat mir Schmuh erzählt, denn ich habe Bilder gesehen von Produkten, die eigentlich in die Drogerie kommen sollten. Und ich meine sogar in diesem Update, die aber nicht dabei sind. Das sollten Dupes zu den Charlotte Tilbury Dingern sein. Habe ich nicht gesehen, war auch nicht ausgeschildert. Deswegen habe ich einfach alle anderen Dinge gekauft, die es gab. Wir starten auch direkt mit dem ersten Produkt. Das ist ein Primer. Das ist der Trended Dub Perfect Prime Go for Poreless Pore Minimizing Primer für ein porenverfeinerndes und ebenmäßiges Hautbild. Der soll 5% Niacinamid haben und eine porenverfeinernde Wirkung haben. Egal, egal. Ideal als Grundlage für die Foundation und sorgt mit Aloe Vera Wasser und Gurkenextrakt für ein angenehmes frische Gefühl und einen leichten Cooling-Effekt. Kommt in so einer Quetschtube. Ihr habt es gesagt, mir ist es auch schon aufgefallen. Trended Dub und Alea haben das Logo so ein bisschen modernisiert. Das war ja natürlich so ein schleichender Prozess. Nehmen ja nicht alle Produkte, die sie haben, einfach komplett wieder raus, um dann ein neues Logo rauszumachen. Sondern wenn die erste Charge abverkauft ist, dann kommt dann das neue Logo. Sieht jetzt erstmal so ein bisschen gelig aus. Nicht so silikonig vom Blick, vom Feeling her aber schon. Ich setze mir den jetzt erstmal einmal hier so ein bisschen auf die T-Zone. Er riecht nicht. Das ist sehr gut. Aber er fühlt sich auch nicht so trocken an wie beispielsweise der Fenty Primer oder der, damit vergleiche ich ihn immer ganz gerne, weil da ihn viele kennen, den Benefit Professional. Das ist eher wie so ein Gel. Fühlt sich sehr, sehr zart an. Bin ich überrascht. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass sich das so gut anfühlt. Wir lassen das Ganze mal kurz auf der Haut. Foundation oder so gab es nichts Neues. Ich habe gesehen, dass die Wonderskin Foundation bei mir zumindest wieder vorrätig war. Die Rosy Touch Foundation hat auch eine neue Verpackung bekommen. Und die Tinted Serum Foundation, heißt sie glaube ich da, hat auch eine neue Farbe bekommen. Deswegen benutze ich jetzt einfach mal diese hier. Die mag ich ja wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe die hier in der Farbe 30. Und damit arbeiten wir jetzt einfach mal ganz schnell. Ich benutze die Tatsache wirklich regelmäßig gerne. Denn die ist so, also die hat eine hohe Deckkraft. Ihr kennt sie, ich habe das Video, ist völlig viral gegangen. Die hat eine recht starke Deckkraft, ist aber so super unkompliziert. Also wenn ich gar keinen Bock habe, irgendwas zu tun, also lange zu verblenden, lange zu arbeiten, dann nehme ich einfach das Ding, nehme so ein Foundation Brush. Das ist jetzt ein ganz, ganz alter von Bella und BH. Gehe hier rüber und meine Base ist fertig. Ich muss da nicht mehr groß mit dem Schwamm rüber gehen. Kann ich natürlich machen. Dann wird es noch ein bisschen feiner. Aber ich muss nicht mehr Puder, ich muss nicht mehr Concealer auftragen. Das geht alles super, super schnell. Dafür mag ich die super gerne. Und vielleicht habt ihr jetzt die Möglichkeit, die zu bekommen. Ganz wichtig, das ist keine Foundation für super trockene Haut. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie sich mit dem Poreless Primer verhält. First Impression in Kombination mit dem Primer kann ich jetzt nicht feststellen, dass sie sich irgendwie komisch versetzt. Ich würde auch nicht sagen, dass die Poren jetzt grob oder stark minimiert sind. Vielleicht einfach nur so ein bisschen. Dafür ist zu wenig Silikon drin. Du brauchst ja etwas, um die Poren zuzumachen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein langfristiges Produkt ist, was langfristig die Poren minimieren soll. Hat jetzt auch ein bisschen Feuchtigkeit gespendet und sieht jetzt nicht schlimmer aus. Also das ist ja immer so ein bisschen meine Angst bei diesen Pore Manamizing Primer, dass das dann irgendwie so trocken aussieht oder so. Aber in Kombination mit der Foundation gar nicht schlecht. Vielleicht habt ihr ja schon das neue Sortiment entdeckt und habt schon das ein oder andere Produkt mitgenommen. Dann schreibt mir doch eure Erfahrungen zu den Produkten gerne einmal in die Kommentare, während ich hier meine Concealer einmal für euch ausblende. Ich habe jetzt hier einfach einen von Anastasia genommen. Der liegt hier einfach immer rum. Ich muss sagen, aber vielleicht erwarte ich da auch einfach zu viel von, beispielsweise im Vergleich zum Essence oder Catrice Update. Das ist natürlich auch nochmal so ein bisschen anders, dass die Eigenmarke natürlich nicht ganz so stark beobachtet wird wie die anderen Firmen und so eine Firma wie Catrice oder Essence beispielsweise natürlich dann da auch nochmal ganz anders abliefern muss. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass DM bzw. Trend It Up noch ein bisschen mehr auf diesen Trend zu Creme Produkten gegangen ist. Die Grundlage war ja da, durch diese Creme to Powder Foundation, durch diese Blush Sticks, die letztes Mal mit dazugekommen sind, dass man die einfach vielleicht noch in anderen Farben rausbringt. Wir haben sehr, 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 sehr viele Lippenprodukte bekommen. Also ich glaube, es gab 20 neue Lippenstifte. Das sind die The Matz Vegan Lipsticks. Sämtliche neue Glosse, also Fokus diesmal wirklich auf Nägeln und Lippen. Das ist völlig in Ordnung, ne? Ich erzähle euch einfach nur so ein bisschen meinen Eindruck davon. Concealer ist jetzt einmal hier so ein bisschen fixiert. Ich nehme nochmal schnell einen großen Pinsel und gehe hier einmal rüber. Und dann wusste ich nicht, da brauche ich eure Hilfe mal, ich wusste nicht, ob das neu ist. Es sah zumindest neu aus, weil auch das Trend It Up Logo neu war. Das ist das Face Contouring Set mit integriertem Primer. Was auch immer integrierter Primer sein soll, ob in dem Produkt schon Primer drin ist, verstehe ich nicht ganz. Aber so sieht das Ganze aus. Wir haben einen Highlighter Ton, einen Matten, einen Bronzer und einen Contour Ton. Und ich weiß, dass viele total auf der Suche nach guten Contouring Produkten aus der Drogerie sind. Deswegen, egal ob es neu ist oder nicht, ich habe es jetzt einfach mal mitgenommen. Ich kann mir vorstellen, dass sie die Verpackung einfach ein bisschen geändert haben, oder? Für den Contouring Ton nehme ich einen etwas präziseren Pinsel und gehe in die Konturfarbe. Und setze mir die jetzt erstmal direkt hier an den Wangenknochen. Und ja, die ist gut pigmentiert, lässt sich aber auch schön ausblenden. Ich gehe nicht zu hoch, sondern eher hier so ein bisschen lang. Einfach um das Gesicht ein bisschen zu formen. Mag ich gerne. First Impression. Sie hätte sogar noch ein Stückchen kühler sein können, wie ich finde. Aber ich muss dazu sagen, für den Preis ist das super. Also, ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Drogerie auch so ein paar Sachen braucht, die permanent in der Drogerie sind. Und so eine Konturpalette kann ich mir vorstellen, dass die immer da ist. Ich will natürlich aber noch den Bronzer benutzen. Und gehe jetzt einfach mit einem etwas gröberen Pinsel hier rein. Und diffus das dann hier oben so ein bisschen rüber, dass ich einen schönen Verlauf habe. Aber wie ich immer so schön sage, die Kontur unter den Wangenknochen, die erzeugt nämlich einen Schatten. Und der Bronzer direkt auf den Wangenknochen, beziehungsweise so ein bisschen darüber. Auch die Farbe ist jetzt Tatsache echt nicht zu warm. Und das mag ich sehr gerne bis jetzt. Ist halt gleich so ein bisschen frischer. Ich habe natürlich durch diese Cream to Powder Foundation, die ja ein bisschen zu hell ist für mich, ein bisschen Blösse im Gesicht gehabt. Aber einen kleinen Trick wollte ich euch noch zeigen. Wir haben ja auch noch diesen Highlighter-Ton. Der ist matt, geht so ein bisschen in diese Banana-Powder-Richtung. Was man damit immer sehr gut machen kann, ist, hier unten die Kontur nochmal so ein bisschen schärfen. Oder so ein paar Lichtpunkte hier am Auge zu setzen, um das hier ein bisschen hochzuziehen. Der ist jetzt nicht so krass pigmentiert, das ist aber ganz gut. Weil ihr dadurch einfach ein bisschen mehr Präzision habt. Oder hier, um den Wangenknochen ein bisschen mehr auszuarbeiten. Das Schöne beim Make-up ist, Make-up ist Licht und Schatten. Und wenn du so ein paar Produkte hast, die das ein bisschen formen, gefällt mir sehr, sehr gut. Große Empfehlung für diese Face-Palette. Super. Wir haben noch ein Blush. Auch da gab es eine neue Farbe. Aber das ist okay. Die 075, 075, den Powder-Blush mit Glow-Effekt. So sieht der einmal aus. Ich mag die Farbe sehr gerne. Ist ein schöner Blush. Das muss ja auch nicht immer alles gleich ein Dupe sein. Ich nehme ein Blush-Brush, gehe hier rein. Ich mag die Trended Up Blushes sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe noch nie geschafft, ein Blush aufzubrauchen. Aber die Farbe, oh ja, das mag ich gerne, weil, das wisst ihr mittlerweile, ich es total schön finde, wenn Blushes nicht so leuchtend sind, sondern eher ein bisschen dumpfer aussehen. Dadurch passt sich das so ein bisschen besser, finde ich, an den Bronzer an und in die Kontur und ist eine sehr, sehr schöne Farbe für den Frühling. Kann man auch, glaube ich, sehr gut unter den Augen so ein bisschen auftragen. Das korrigiert dann so ein bisschen die dunklen Augenschatten. Die Kombination aus dieser Konturpalette und dem Blush sehr gut. Und der ist halt, und das ist das Schöne, das fällt mir aber auch bei Rivalazmi beispielsweise immer auf, dass die Produkte so gemacht sind, dass sie alle benutzen können. Also nicht zu pigmentiert, dass du echt Probleme hast, sie auszublenden. Nicht zu schwach pigmentiert, bis ein paar Ausnahmen, dass du gar nicht weißt, wie du damit arbeiten kannst. Also ein gutes Mittelmaß. Und im Preis-Leistungs-Verhältnis immer, immer top. Das müssen wir uns nochmal ganz klar vor Augen halten. Ich glaube, das vergesse ich oft zu sagen. Wir reden hier über Make-Up-Produkte, die um die drei, vier, vielleicht fünf Euro kosten. Klar, Masse macht den Preis, je nachdem, wie viel eingekauft wird. Und die Eigenmarken kaufen natürlich sehr, sehr viel ein. Nichtsdestotrotz, so eine Palette wird im Einkauf auch bestimmt zwei Euro kosten. Vielleicht ein Euro. Aber selbst dann müssen Transportgebühren, es müssen Mitarbeiterinnen bezahlt werden, es muss Lagerplatz bezahlt werden. Also preislich kann ich mir vorstellen, dass die Drogerie-Brands, die Eigenmarken, keinen krassen Gewinn machen. Ist nur eine Vermutung. Falls ihr hier übrigens neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Euch kostet es nichts. Mir bedeutet es die Welt. Ich fixiere das Ganze einmal und jetzt wird es ein bisschen cremiger. Ich finde, man darf auch immer erst eine Base bewerten, wenn sie gesettet ist, weil pudrige Texturen auf der Haut immer anders aussehen, wenn sie gefixiert sind. Ich finde auch, man wird denen erst gerecht, wenn die Produkte fixiert sind. Man muss sie ja nicht, man muss sich ja nicht so ertränken auf der Haut, sondern einfach nur so einen Hauch, dass diese ganzen Puder-Pigmente sich richtig schön hinlegen. Es gab Hero's Day Eyeshadow und Liner Sticks. Ich glaube, ich habe alle Farben bis auf eine mitgenommen. Die fand ich ein bisschen langweilig. Die war so ein bisschen, die war noch heller als diese hier. Das sollen Eyeliner-Stifte sein, beziehungsweise Eyeshadow-Sticks. Und ich mag das Ganze wirklich gerne, wenn es super, super schnell gehen soll. Ich habe hier einmal die Farbe 050. Das ist so ein schönes Braun. Hat so einen leichten goldenen Schimmer drin. Sehr, sehr nice. Wir haben ein Blau. Und das ist eine perfekte Farbe für den Sommer, wie ich finde. Die 030. Sehr grobes Glitzer mit drin. Geht so ein bisschen ins Silbrige. Und wir haben zu guter Letzt ein Produkt, was ich eh immer irgendwie hier bei mir rumliegen habe. Ich habe jetzt hier schon mal einen von Charlie Tilbury gehabt. Das war so ein Metallic Eye Exagger Eyes Liner Duo. Das ist halt so ein heller Kajal, ein heller Stift mit ein bisschen Schimmer. Den kannst du dir ans Inner-Corner-Highlight setzen. Kannst du dir mal schnell unter die Augenbraue setzen. Für so einen kleinen Lifting-Effekt. Das machen wir doch auch mal gleich. Ja, der hat recht groben Schimmer mit drin. Aber den kann ich mir gut vorstellen. Einfach nur komplett auf dem beweglichen Lid. Drumherum Bronzer. Und ihr seid good to go. Noch sind sie nicht ganz trocken. Vielleicht setten die sich selbst. Hero's Day Eyeshadow und Liner Stick. Lässt die Augen mit seinem samtig-pudrigen Finish strahlen. Er vereinfacht die Make-Up-Routine durch seine praktische Stiloform und ermöglicht eine aufbaubare Deckkraft. Die Textur ist leicht verblendbar, wird jedoch nach dem antrocknen Wisch fest. Aha, okay. Und hier hinten ist hier hinten ein Anspitzer. Was ist hier hinten? Ne. Okay, ich dachte, da hinten ist ein Anspitzer versteckt. Ich setze mir den jetzt mal punktuell einfach nur hier hinten hin. Erstmal wie so ein Eyeliner. Damit funktioniert es. Er ist natürlich sehr, sehr grob. Und blendet den mit einem Pinsel aus meinem eigenen Pinsel-Set. Ist für euch immer unten verlinkt. Erstmal hier aus. Also man hat, das finde ich sehr gut erst mal, man hat ein Momentchen Zeit, den so ein bisschen zu verblenden. Er blendet sich aber aus. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das gerade gut oder nicht so gut finde. Er blendet sich so ein bisschen aus und wird dadurch recht zart. Wir probieren mal was anderes. Also Liner funktioniert. Ich gebe mir den jetzt mal komplett aufs bewegliche Lid und wir blenden den mal ganz anders aus. Was man damit immer sehr gut machen kann, wie ich finde, ist den aufs Auge zu geben als Grundlage für einen Puder-Lidschatten. Und den blende ich jetzt aus. Auch der, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, der verschwindet so ein bisschen. Ich glaube, ich klinge jetzt gerade negativer, als ich es eigentlich meine. Du musst halt blenden und dann wieder raufgehen, um ihn als Eyeshadow-Stick zu benutzen. Oder du benutzt ihn halt wirklich nur als Grundlage und gehst dann im Anschluss, vielleicht machen wir das gleich noch, mit einem Puder-Lidschatten rauf. Dadurch erhöhst du natürlich nochmal maximal die Deckkraft. Gut, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es nicht schlecht. Man muss halt nur wissen, wie man es macht. Aber ihr seid ja auch alles clevere Beauty-Mäuse. Ihr kriegt das natürlich auch hin. Ich finde das, ich mag das ja auch bei Make-up, dass man so ein bisschen spielen kann, damit man schauen kann, was mag man, was mag man nicht. Und einfach, ist ja so ein Learning-by-Doing-Prozess. Weißt du so? Ja. Jetzt nochmal im Vergleich, dass ihr die Intensität seht, bevor er ausgeblendet ist. Und hier ist er ausgeblendet. Da kommt dann natürlich auch der Schimmer so ein bisschen besser zum Vorschein. Braucht er einfach noch eine Schicht. Das ist okay. Präzise ist er nicht. Ich glaube, da bin ich ehrlich, das ist mir zu aufregend. Das ist mir zu unpräzise. Das ist mir zu unsauber. Und ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu aufwendig. Also es hat so ein bisschen was, als hätte ich mich geprügelt gerade. Weil die Spitze halt so grob ist, dass du keine Präzision hast. Das ist klar. Aber dafür ist dann die Pigmentierung auch ein bisschen zu schwach. Ich nehme jetzt nochmal die Contour-Palette und gehe in den Bronzer und blende den hier oben so ein bisschen mit rüber. Einfach für ein bisschen mehr Farbe. Schade. Vielleicht ist der Blau für so ein Inner Corner Highlight besser. Ich nehme jetzt mal kurz meine erste Lidschatten-Palette und gehe in die Farbe Bossy. Und gebe das nur hier so ein bisschen rauf, einfach damit es ein bisschen dunkler wird. Aber das funktioniert. Also als Grundlage sorgt es dafür, dass der Lidschatten so ein Stückchen besser hält. Als Inner Corner Highlight setzen wir uns die Farbe 30. Ja, dafür ist es wirklich gut. Ich finde, sie sind ein bisschen zu weich. Aber für so eine Grundierung oder für so ein kleines Highlight ist das fein. Das meckern auf hohem Niveau jetzt. Für die Lippen gab es neben neuen Lipglossen, diese Power Shine Lipglosse, auch die Hot Like Pepper Plumping Lipglosse. Der hat mich so ein bisschen an den Fenty Beauty erinnert. Den probieren wir damit zu vergleichen. Es gab aber auch einen Lippenstift. Eine neue Formulierung. Die Matz, The Matz Vegan Lipsticks. Da habe ich mich für eine sehr, sehr schöne Farbe, wie ich finde, entschieden. Die 410. Dafür benutze ich als allererstes einmal einen Lip Liner und gehe dann mit dem matten Lippenstift rüber. Ich mag die ganz gerne. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Ist Tatsache wärmer als gedacht. Ich habe mir so ein bisschen heller vorgestellt. Fühlt sich jetzt aber gar nicht schlecht an. Wir lassen den einmal kurz fixieren. Ich mache mal kurz ein bisschen mein Augenmakeup sauber. Es gefällt mir nämlich absolut gerade gar nicht. Und dann geht es weiter. Wir haben diese Glosse. Ich würde jetzt mal, das finde ich ganz spannend, die Farbe fand ich echt cool. Das ist die Farbe Power Shine Lipgloss 130. Da ist Glitzer mit drin. Ein bisschen bläulich, ein bisschen grünlich, ein bisschen lila. Ja, den setze ich mir mal hier oben hin. Wunderschön. Sieht man fast gar nicht. Optischer Volumeneffekt. Hat so einen leicht glitzernden Ton. Mag ich sehr, sehr gerne. Und unten würde ich jetzt mal den roten hinsetzen. Einfach, dass ihr die Farbe nochmal gesehen habt. Uh, das mag ich gerne. Die Kombination der Lippenstift und dieser rote Ton. Und was mir auffällt, der Lippenstift ist kein matter Lippenstift. Der hat nur einen matten Look. Ist aber nicht matt. Das Füßchen ist nämlich ein bisschen farblich eingeschränkt worden. Und die Lippen gefallen mir gut. Und es gab auch noch zwei neue Mascaren. Da haben wir einmal die Extreme Volume Lash Heaven Mascara. Extremes Volumen und die Big Lash 7 in 1 Mascara. Ich frage mich, wie sie immer mit diesen Namen kommen. Die Big Mad Lash Mascara hat so ein ganz leicht sandohrenförmiges Bürstchen und Sollen. Die Wimpern trennen. Angenehmes Tragegefühl. Intensive Schwarz. Leichte Textur. Aufbaubar. Optisch verlängert. Ja, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht wasserfest. Hergestellt in Luxemburg. Und die erinnert mich so ein bisschen an die Colossal Mascara. Und auf der anderen Seite benutzen wir die Lash Heaven Mascara. Die hat eine vegane Textur mit Plankton-Extrakt und Shea-Butter. Ja, Verträglichkeit augenärztlich bestätigt. Auch in Schwarz. Oh, hier Freunde, ich brauche eine braune Mascara. Bitte, bitte, bitte. Uh, das bisschen sieht gut aus. Das ist noch ein bisschen sandohrenförmiger. Gefällt mir vom Auftrag besser. Hat nicht so viel Produkt dran. Also die erste Mascara ist eher so ein bisschen dicke Wimpern. Uh, wartet mal. Ich warte noch auf die neue Fenty Mascara. Die sieht nämlich ähnlich aus. Freunde, das waren die neuesten Produkte von Trended Up. Ich weiß nicht. Ich bin ehrlich mit euch. Also, ich glaube, ihr habt es gemerkt. Das Augen-Make-up hat mich sehr, sehr verunsichert jetzt. Es ist okay, aber es ist nicht das, was ich jetzt tragen wollen würde. Die Lippenprodukte an sich haben ein sehr, sehr schönes Finish. Auch die Contouring-Palette, der Blush ist toll. Der Primer war auch nicht schlecht. Wie viele Punkte gebe ich dem Update? Vielleicht 6 von 10 Punkten. Weil die Sachen waren ja nicht schlecht. Es hat mich aber nur nicht so krass umgehauen auf den ersten Eindruck. Ganz, ganz wichtig. Das ist mein erster Eindruck. Da muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer schauen. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Glosse eine gute, günstige Alternative zu teureren Produkten sein können. Genauso wie die Contouring-Palette. Große, große Empfehlung. Unabhängig davon, ob sie neu oder nicht neu ist. Wenn ihr eine Contouring-Palette aus der Drogerie sucht, ist das definitiv eine gute Option. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Schreibt mir unbedingt euer Feedback zu dem neuen Update in den Kommentaren. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.